Wo ist da? Hier, bliecht sich dreimal die Woche die Haare. Warte, 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 dass es immer so schön blond bleibt. Dreimal die Woche. Mach mal doch nur den Ansatz. Ja trotzdem, mach du das mal dreimal die Woche. Das brennt voll, ne? Also beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal hab ich schon ein Brennen gespürt. Ja, vielleicht haben die coolere Bleach. Egal wie cool der Bleach ist. Bei dreimal die Woche brennt das immer. Wenn man es richtig aufträgt, dann kommt es vielleicht gar nicht an die Haut. Wie denn? Der Ansatz kommt doch von der Haut. Ja, Profis, keine Ahnung. Wer hat die Ahnung? Ja. Ja, war ja schon mal seine Haare gebliecht. Immer. Weißt du noch, als zu seinen... Zu meinen Emo-Zeiten... Da bliecht man sich nicht die Haare. Rot-blaue Haare hatte? Wo du, nee, wo du blonde Haare hattest. Und so aussehen wolltest wie... Der Typ von Fullmetal Alchemist... Real-Life-Film. Der in der Blechdose oder der andere? Oh, oh, oh. Nice. Oh, mein Gott. Aber... Deep! Zu deep! Okay, nice, Hera. Boah, das war ja wirklich spicy. Haben die ihre Reclashes genutzt? Ich weiß nur, dass der C-Fact genutzt hat. Alles haben sie genutzt. Oh Gott. Ich kann nicht mehr rein. Boah. Warte. Diese Large Zucchini. Hammer. Warum bin ich so langsam? Hä? Nichts. Eine Goldkarte nach der anderen. Hm. Für den Zwölfjährigen ist das echt gut. Das wäre sehr eklig für THC. Wieso? Das ist doch heiß. Ich glaube nicht. Okay. Aber ich glaube, ich soll mehr Rot benutzen. Dann mache ich mehr Schaden. Nee. Blau macht am meisten. Ich dachte, Blau gibt Mana zurück. Trotzdem macht's am meisten. Achso, okay. Gott. Boah. Komm, kurz hochhalten. Der Spiel auf Blue Kane. Äh, Kane ist in der Wand. Hä? Da stirbt noch ein Wand. Ja, ne? Was hast du gesagt? Nope. Ich hatte die Laufbahnworte fest. Ich hätte den ist ein Plus. Ich werde den das Plus nehmen. Ja, warte auf mich. Warte auf mich. Ich mach's. Ja, geht drauf. Das ist ein nettes Team. Keiner, der draufflasht. What? Dickie. Oh Gott, was haben sie da draußen wieder umgeschmissen. Ich habe mich noch. Ah. Okay. Okay, das geht jetzt nicht so. Ja, zie ich noch. Mach auch Karten auf den Turm, ey. Wie Karten auf dem Turm? Da ist ne Fiora, die fast tot ist. Alter, dieser Bulli-Bear, ey. Ich hab den in den Turm gezogen. Oh, oh. Ich hab den in den Turm gezogen. Oh, schade. Lasst mich hier, lasst mich hier. Oh, ist er denn hier? Nice. Oh, ey, die Solo-Blanc, man. Die geht ja nicht. Wer bist du denn? Ich bin TF. Scheiße. Machst wahrscheinlich nicht so viel schaden. Über Zeit. Wenn du dich nicht wegbörst, dann ist auch egal. Hast du das Bulli-Bear? Ey, ich will wieder wissen. Ich ficke dich. Nee, wieso hast du denn nicht hier geportet? Ist jetzt ein Weg gelaufen? Ja. Ja. Jervin. Sie gestern. Oh, ey. Das ist eklig. Schau da. Warte mal. Boah, wo stehen doch die Augen? Oh. Ah. Ich will gerne das Plus nehmen. Nein, bring mich nicht um. Schnell in das Plus. Oh, nimm, nimm, nimm. Schnell. Oh. Du hättest nehmen sollen. Ich? Ja, du wärst gestorben. Ich glaub, einer von euch ist gestorben. Ah, shit. Du bist ja ganz offensichtlich gestorben. Du bist ja ganz offensichtlich gestorben. Das ist okay. Oh, Mann, ey. Der will jetzt wissen. Warum bist du nicht hin? Oh, shit. Oh, Fiora. Uiuiui. Diese Blauen bist du jetzt immer noch nicht gestorben. Was zur Hölle? Ich drück mal bitte, LeBau. Oh, beschütz den Viktor. Oh. Oh, der Kane ist tot. Nein. Ah. Hä? Ist die da im Busch? Ja. Oh, diese Bolivia macht mir so Angst. Oh. Na, ich hab das gesehen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Er ist jetzt schon wieder ulti? Hey, das soll ich jetzt nicht genauer haben. Beim Eel? Das sagt die nicht mal älter. Der fang cool ja. also ich würde mir gerne den Schatten auf der Liban-Kolle wenn das okay jetzt am Ende kriege ich den E irgendwie er kriegt sie, er kriegt sie, er kriegt sie Turm oh, sehr gut Turm der Wohliber ist low sie mag mich nicht ey sie hasst mich, sie geht immer auf mich wohliber ist die wohliber ist die oh, gott me Push Wave clean Okay Ich habe ihn Ich bin der erst Ich bin der einfach wo vorne steht Oh, was? Wo? Tower! Tower! Zieh schon mal Karte, wie? Warte, was zur Hölle? Mann, ey! Warte, was? Toa, wo du kommst? Oh, die sind für die Kinder, Alter! Da wir hier! Hoppen, meine Banshees! Ich muss hier kurz... Oh shit! Oh, Glück gehabt. Oh, shit. Oh, ich komm nicht ran. Oh, Mann, ey. Pass auf, Mi. Geh einfach weg von dem. Geh in diese Richtung. Schieß Karten. Schießen. Oh, die sind alle low. What the fuck? Ja, ich hab die alle low gehoben. Also die Nutzung ist die. Ich brauche die ganze Zeit. Wie hat dieser Wook getroffen? Hey, wie? Das ist so ein Flash-Hook. Warum, warum, warum chillt der da im Bus so lange, dieser Bastard? Ach, ich lass es nicht. Hä, du bist einfach nur gestorben. Der war hier im Bus. Ja, und du bist hier hingelaufen. Nein, alle waren aber schon hier. Und ich dachte, ja, okay. Immer weg. Ich bin auch Unterseite hier vorbeigegangen. Aber es lohnt sich gar nicht, die Fiora zu kopen. Du gehst immer Oberseite. Du hast halt den Nachteil, dass du manchmal den Plus wegnimmst, wenn du blind Unterseite gehst. Aber es hat sonst nur Vorteile. Fuck! Okay. Okay. Ah. Boah, die haben aber gut gespielt, endlich. Zwar jetzt gepragt, aber vielleicht gut. Boah, wie lange der cc'n kann. Wie oft hat er mich cc'd? Fiora lebt. Oh nein, jetzt wären die gays. Vielleicht bin der in-hut. Nee, glaub nicht. Krieg ich den nicht. Sehr gut. Können wir zurück? Back, back, back. Komm, komm, komm. Abhauen, abhauen. Wieso? Ich verkenne ihn. Oh, shit. Der geht hier auf dich. Der geht hin. Du bist dem entgegengerannt. Hast du so was? Du bist jetzt so schnell. Du hast neben ihm geklickt und bist dem entgegengerannt. Also, das ist nicht zum ersten Mal. Deswegen stell die Maus auch nicht so empfindlich. Wenn du das kannst, kannst du ja immer noch irgendwann hochschalten. Das ist doch nicht das Problem. Ich versuche den ein bisschen zu proben. Das sind ja full Appell. Ist er voll? Nee, links ist grad gestoßt. Wir müssen auf Kane aufpassen. Der ist tot. Eigentlich könnten wir ja dann. Oder? Wir sind low. Oder wir machen langsam. Wir spielen langsam. Auch geil. Auch geil. Ich hab sein... Oh Gott, ey! Oh, ich war full life! Er geht immer von der Wand raus und dann springt er nach unten. Um meinem Hook auszuweichen. Jedes Mal. Der Worm ist? Der Bau sich, der Bau. Was? Wo denn Benji? Wie viele Torn ist das? Die sind doch deaktiviert. Ja, mit seiner Uhr kann er die... auch deaktiviert. Wir können halt jetzt echt nur fighten, wenn wir früh sind. Ich hole mir auch gerade Benchies. Ja, aber die Leblanc steht ja auch 18-2. Die ist auch perfekt gestorben für die Items. Guck dir das mal an. Ja. Vielleicht wiederkommen für die Full. Die macht mir ja schon wirklich schade. Ja, wie viel schade für Philippa, ne? Ich habe ihn. Oh, Scheiße. Oh, Leute. Boah, die hitze ich auch auf die. Ich denke nicht, dass er gerufen muss. Wer ist noch da, Alter, der Kane? Der ist aber low, Andy. Und der Blau lebt auch noch. Ja, das weiß ich auch, dass er lebt. Ich frage mich nur, wo der Dritte war. Pass auf, die Glonken, ne? Boah, das ist nicht schlecht. Boah, das ist nicht schlecht. Ja, die Fiora, aufpassen. Oh, nice. Sie ist da reingekommen. Sie ist zu mir geflasht. Oh, sehr schön. Push durch. Beendet. Beendet. Aber, aber nimm Inhip. Nimm, nimm Inhip. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, das war... Oh, Gott, oh, Gott. Oh, oh. REN! Oh, lock ihn, lock ihn, lock ihn. Lock ihn. Und jetzt kommt Trash, mach ihn klappen. Trash! Trash! Ich mach ihn fertig, ich mach ihn fertig, ich mach ihn fertig. 1 gegen 1. Im Käfig. Ulte, Ulte! Hab ich noch! Oh, mach einen Guck. Oh, sehr schön noch. Komm, 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 er ist knallige Geschichte. Bier Flaterne, Bier Flaterne! Nein, wozu? Ich hab eh Cooldown erstmal und... Er geht heute. Pass auf, ey. Okay, jetzt sind wir richtig auf Schnurze, ey. Wir haben doch irgendwas, wie? Oh, shit. Ein bisschen mehr Unterstützung von bei ihm. Also, möglich nicht Fiora Goldkarten. Ja, sie ist kein Spell-Immun, hab ich auch schon gesehen. Es land dich dann. Oh, what? Es land dich zurück, wenn du während des Spells sie CCs, HCCs. HCCs. Ach, der Nippe haben wir jetzt auch verloren. Ah, geht doch, Bunchies. Und Sony auch so. Aber gut, dass sie sich zurückfrischen lassen, wenn sie länger fetzen und cacen. Das ist die Welt, die ich brauche. Das ist die echte LeBron. Ja, aber ich... Ich hab ein bisschen abgeklaucht. Ach, schade. Also, ich bin schon eine krasse Bedrohung. Ja. Oh, shit. Lekke böse. Ja, der Wunnibeer, der Sohn, wird da eine Drei von uns. Ja. Wir haben auch nichts gegen ihn. Ja, gut, die sind. Ja, die brauchen ja noch mehr. Ja, wo ist die? Oh, nein, da muss ich auch noch nicht. Ja, wo ist die? Ja, wo ist die? Ja, wo ist die? Wie denn? Ich stehe ein bisschen weiter vorne und herzehe es hinten, damit er noch CC'n kann. Da müssen wir jetzt entscheiden. Ne, wir kriegen den Woli nicht rein! Nein! Die Leblanc hinter euch! Jetzt habt ihr 2 gegen 1, ne? Das ist die richtige, glaube ich, oder? Ja! Sehr gut! Okay! Stopp! Ist es okay, mich töten? Ich warte eben noch ein bisschen Golf. Oh Gott, wie! Nicht so nah! Oh shit! Nicht so nah an den Rand! Gott! Die Fiora! Sehr gut! Die Fiora! Sehr gut! Okay! Passt auf! Die fängt auch! Oh Gott! Wie riesig der ist! Der hat einfach voll Klatscher gemacht! Kommst du! Okay! Wir müssen einfach nur überleben! Der hat einfach nicht an mir! Was? Oh! Ich krieg sie nicht angeklickt, Mann! Und... Auto-check zu langsam! Oh! Der Holy Boss ist ein Rake Boss, Mann! Jungen, ey! Ich glaube, sie kann schaden! Damage kommt! Oh! Bye! Ah! Du hast Lifestyle, ne? Okay! Schieß mich! Den Q immer! Ich hab geschossen! Den letzten nicht! Hab ich gesehen! Achtung auf deine Cooldown! Achtung auf deine Cooldown! Ich hab geschossen! Du hast gewartet, dass du deine Goldkarte raushauen kannst! Ja! Ja! Aber in der Zwischenzeit kannst du doch! Okay! Schieß, ey! Oh, wir kriegen die tot! Ja, ey! Wie egal! Sehr schnell! No Win! Oh mein Gott! Was ist das für ein Champion? Ich habe ihn gehookt! Ich habe ihn gezogen! Ich hab... Oh Gott! 5 Minuten später, er stirbt! Wir sind schlimmer als für Menschen, Alter! Weißt du jetzt, warum wir dich hinten brauchen, Mann? Ja, aber ich hab ja keinen Schaden! Ich bin nur CC! Ich bin ja auch nur so ein Stunter! Ja, du machst einen guten Schaden! Yes! Boah, lass mich hin! Lass mich hin! Lass mich hin! Boah, ich bin tot! Boah, lass mich hin! Boah, ich bin tot! Ey, ihr müsst die killen, ne? Wir müssen Druck machen! Wenn wir die ganze Zeit hier hinten fighten, dann verkennt ihr das Spiel! Wir können besser hier vorne sterben! Wie ist die denn an mir vorbei? Wie ist die denn an mir vorbei? Du, ich! Oli, Bär! Oli, Bär! Ich hab Armut! Mach doch gar keinen Schaden, der ist doch fullt hängen! Wie? Er klatscht alle weg! Boah, mir ist nicht auf AD gegangen! Nein! Das ist es ja! Am Anfang bin ich schon auf AP gegangen! Kannst du verkaufen! Ja, aber mir wird nur... Mir wird leider nur... Oh Gott! Weil der Dings hat ja alles auch... Hey, hier! Bis auf Fromile hat er ja auch nur Magic Rezist! Yes! Alle tot! Wir picken ihn jetzt! Ja, Mann! Oh Gott! Was war das für ein Schild! Alter! Was ist das? Krass! Komm, lass mal den hinterlassen! Soll ich Black lieber nachher verkaufen und dann lieber so'n Schildbrecher kaufen oder so? Schildbrecher? Ja, oder... Ein Borg oder sowas! Haben wir sowas? Ja, ja, komm, 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 komm! Das ist nur die Fiora, sie kann nicht alleine vier Leute töten! Oh Gott! onduço! Ah, alles! Full! Full of power! Full! 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 Exact, full! Boom!